Unsere Erde gibt es und das macht uns alle froh. Der Erbse ließ sich fallen und zwar genau in Tokio. Und in China fiel die nächste Erbse ebenso. Dann von Dubai nach Hawaii, hinterließ ich Kontenstreifen. Eieiei, das war ne Fliegerei! Danach von Hawaii flog ich ganz nebenbei zu den Philippinen und schon war ich wieder in dem wunderschön Dubai. Ganz zum Schluss, das war ein Muss, verteilt nicht noch weit, denn gerade über'm großen blauen See. Das ergibt einen Korose-Hensei! Das ergibt einen Korose-Hensei!